Hallo und herzlich willkommen zu den Lernvideos der Schülerhilfe. In diesem Video geht es um das Thema O-Deklination. Die O-Deklination, das ist die zweite Deklination im Lateinischen. Der O-Deklination gehören vor allen Dingen Substantive an, die hinten die Endung us haben. Hier unten drunter siehst du dafür zwei verschiedene Beispiele. Beispiel Nummer 1, amicus, das bedeutet Freund. Und dahinter siehst du die Genitivendung, in diesem Fall das i. Und das grammatikalische Geschlecht, in diesem Fall Maskulinum, also männlich. Unten drunter siehst du schon eine Ausnahme, das ist nämlich Vulgus. Und das ist eine der seltenen Fälle, wo ein Neutrum auf us endet und der O-Deklination angehört. Vulgus bedeutet Volk. Der Genitiv wird wieder mit der Endung i gebildet. Schauen wir uns jetzt als nächstes die Deklinationstabelle von amicus an. Hier siehst du oben in der Tabelle Singular, also Einzahl, und Plural, Mehrzahl. Auf der linken Seite sind die verschiedenen Fälle, die man auch Kasus nennt, aufgelistet. Noch mal zur Erinnerung, Nominativ, wer oder was. Genitiv, wessen. Dativ, wem. Akkusativ, wen oder was. Applativ, womit oder wodurch. Und da unten, Vokativ, das ist die Anredeform. Zu den einzelnen Fällen kannst du auch noch dir einzelne Videos anschauen. Kommen wir jetzt zurück zu amicus. Wir haben hier oben Nominativ Singular kennengelernt. Das ist die normale Form. Die Genitiv-Endung war i, amici. Dativ wird gebildet mit o, amico. Akkusativ, amicum. Applativ, amico. Vokativ, amike. Plural. Nominativ, amici. Genitiv, plural, amicorum. Dativ, plural, amicus. Akkusativ, plural, amikos. Applativ, plural, amikis. Und Vokativ, plural, amiki. Aufpassen hier. Männliche Substantive mit der Endung us hinten. Die bilden den Vokativ hinten auf e. Siehst du hier unten. Wenn sie hinten auf die Endung ios enden, dann bilden sie den Vokativ auf i. Zur o-Deklination gehören außerdem Substantive, die hinten die Endung er haben. Da siehst du hier wieder zwei Beispiele. Poer bedeutet Junge und Magister, Lehrer. Wieder ist hinten dahinter die Genitiv-Form aufgeführt und da kannst du vielleicht auch schon einen Unterschied erkennen. Und zwar, wenn das e mit zum Stamm des Wortes gehört, so wie bei Poer, bleibt es beim Genitiv erhalten. Poeri. Wenn das e nicht zum Stamm gehört, dann fällt es weg, so wie bei Magister. Poer, Magistrie, kein e mehr. Schauen wir uns nun das Wort Poer, also Junge, auch noch einmal in der Deklinationstabelle an. Hier siehst du die gleiche Tabelle, die wir eben gesehen haben und wieder die verschiedenen Endungen. Substantive, die der o-Deklination angehören, sind auch selten Feminin, also selten weiblich. Hier siehst du eine Ausnahme, Humus. Das bedeutet Erde oder Boden. Der Genitiv wird wieder mit i gebildet. Auch gibt es einige andere, Neutra, die in der o-Deklination zu finden sind. Hier das Beispiel Templum mit Templi, Genitiv, bedeutet Tempel. Hier kannst du dir auch schon die Regel hier oben merken. Die Nominativform und die Akkusativform sind bei Neutra immer gleich. In diesem Fall Nominativplural und Akkusativplural enden beide auf A hinten. Dann schauen wir uns jetzt auch nochmal die anderen Formen von Templum an zur Wiederholung. Nominativ Singular Templum, Genitiv Templi, Dativ Templo, Akkusativ Templum, Applativ Templo, dann im Plural Genitiv Templorum, Dativ Templis und Applativ Templis. Um das Ganze jetzt noch einmal zusammenzufassen, zur o-Deklination gehören Maskulina und Neutra. Maskulina enden entweder auf os oder auf er, Neutra auf um. Beide haben im Genitiv Singular die Endung i. Es ist immer wichtig, dass du die Genitivendung mitlernst, damit du weißt, zu welcher Deklination ein Wort gehört und dass du so Verwechslungen vermeiden kannst. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de